Shadow of the Tomb Raider läuft am besten auf Xbox One X und wir sind hier gerade am Square Enix Stand, was alles so ein bisschen halt aussieht, so dschungelmäßig und höhlenmäßig. Es gibt wieder viele 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 Rätsel und ich muss, wir haben gerade hier die Demo gespielt, Friedrich, Nico spielen es gerade. Ich habe den Nico auch die ganze Zeit angestupst, so hey, was geht da eigentlich ab? Ich komme hier nicht weiter. Es ist super schwierig. Es waren so Stellen, wo du halt zwei Seile miteinander verbinden musst. Ich muss den Wagen runterschieben. Ich dachte mir schon, okay, bin ich jetzt einfach nur zu doof. Man ist schon so verwöhnt, dass eigentlich die ganzen Blockbuster-Spiele einen so das Leben leicht machen und man immer gut durchkommt. Und ich finde das richtig super, dass das eben nicht so einfach ist. Es macht richtig, richtig viel Laune und Lara ist ja sowieso die Mega-Powerfrau. Deswegen lasse ich die Jungs da mal hier nochmal ein bisschen diskutieren oder und hast es geschafft. Ich habe es nämlich nicht geschafft. Ich muss noch ein bisschen üben, aber mega geil, mega geiles Spiel. Ich denke mir relativ, dass du alle seien oder drei mean? Wenn wir da gerne göra. Ich Claudium, danke dir sehr gut. Stefan, danke dir. Würklich?